hi guys schwere zeiten im moment gerade auch für uns musiker keine band proben keine gigs keine konzerte zumindest nicht mit bad in der menge aber dafür gibt es ja die konserven konzerte auf dvds und ich habe mir neulich mal wieder das gute alte woodstock reingezogen wie ich finde ein sehr schöner gegenpol zu der situation wir im moment haben nämlich viele leute auf einem haufen und alle ganz happy also habe ich mir meine alten hippie klamotten aus dem schrank geholt hat mich unter die heimische palme gesetzt und mir einen woodstock song rausgepickt nämlich coming into los angeles von arlo guthrie musik kommen wir von london from over the pole flying in a big carolade in there the chicken flying everywhere around the plane cost me ever feel much finer coming into los angeles bring in in a couple of keys don't touch my bags they can please miss the customs in the air yeah yeah there's a guy with a romantic coat but he could look much stranger he bent them in the seats with the things along smiling as if one lone ranger coming into los angeles bring in in a couple of keys don't touch my bags don't touch my bags miss the customs in the air yeah 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 coming into los angeles bring in in a couple of keys don't touch my bags don't touch my bags to please miss the customs in the air yeah 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 hit woman walking on the wooden floor sitting down the escalator oh best man in the land she's growing his mind sitting at the following main floor coming into los angeles yeah ja Leute, bleibt gesund und keep rocking Vielen Dank.